Wenn du den Arsch trägst, du bist am Arsch, halt seiner. Du bist total am Arsch. Weil dann kommen alle zu dir. Und sie wollen alle den Raub zubinden. Alle. Die rennen da wie Zombieschen. Und da musst du sie alle umbringen. Das ist halt da. Das ist halt da. Also Blog ist was. Der Chat ist immer voll gemüllt mit Leuten, die sterben gerade. Weil die immer alle auf den Blick auf Safes haben. Die haben da so richtig einen Blick. Gucken da immerhin. Braucht nicht lange, bis ich da bin. Ist ja gleich um die Ecke. Ist ja ein Block. Gleich um die Ecke. Und da sehen wir das schon. Komm, treff einmal. Treff einmal. Auf hier. Treff einmal. Komm auf hier. Treff einmal. Treff einmal. Komm auf hier. Treff einmal. Treff einmal. Komm auf hier. Treff einmal. Treff einmal. Boah, war der verdammt close. Der war auch so verdammt close. Nur weil die immer gerade in dem Moment doch in dem Moment runterspringen, treffe ich sie nicht. Sonst hätte ich sie getroffen. Und ihr wisst ja, ich bin der Headshot King. Ich mach heute nur Headshots fast. Und das ist kein Scherz. Ich mach grad wirklich nur Headshots mit der Shotgun. Ich mach wirklich nur Headshots damit. Oh. Das war's für heute. Ich kann nicht mehr sterben, unsterblich. Das Lama macht dich immer unsterblich in der Sohn. Das ist ja das Geile am Lama. Der Sohn macht dich das unsterblich. Kannst dich sterben. Wenn du das Lama mit Ballon benutzt, man hört's doch schon, der Ballon platzt gleich, weil das Lama zu fett ist. Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Was mich in Ruhe Da haben wir eine neue Nervensäge Was? Kein Triffer Immer trifft das nichts Ist wohl unfair Voll unfair Endlich Der Typ ist verdammt lost Was macht der da? Der Typ war einfach nur verdammt lost Jetzt macht die Saison 2 Schaden Jetzt will ich nicht wohnen sterblich Aber weil die Saison 2 Schaden macht Macht und Mama Reduziert das Also krieg ich nur einen Schaden Also ist mir egal Ego 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 ich bin müde geworden, weil ich hier keine Gegner finde. Ich hab das Lama. Niemand will mich haben, Digga. Was ist das? Wo ist das? Wo ist das letzte Wagen? Ich seh den gar nicht. Oh, da hinten! Alter, man kann ja das easy hinbekommen. Kann man ja easy hinbekommen. Muss man einfach nur auf diesem Berg? Und dann von diesem Berg auf die Brücke sich hochbauen. Aber man muss halt diese ganzen Sachen bauen, damit es nicht runterfällt. Wirklich? Ja. Man kann so machen. Kleiner Unterballer. Kämpfen, Gott. Das war ja easy. Mein Gott, das war so einfach einzusteigen. Man muss nur einfach auf den Berg gehen und dann sich rüberbauen. Und nicht auf der Brücke sitzen und bauen. Man muss einfach nur von diesem Kackberg ausbauen, mehr nicht. Das war ja. Das war ja. Das war ja.